Und hallo meine Lieben, ja willkommen zu einem endlich mal wieder neuen Video, O-Game Video speziell jetzt mal von mir. Ich hatte in der letzten Zeit viel zu tun, Umzug, alles mögliche, nicht mein Umzug, aber ich war trotzdem ein ganz ganz fleißiger Helfer mit allen möglichen Sachen. Muss ich morgen auch nochmal ein bisschen was helfen, aber interessiert euch wahrscheinlich nicht, sondern euch interessiert eher, was jetzt hier bei O-Game geht. So, also, mal gucken. Ich bin jetzt inzwischen bei fast 175 Millionen Punkten. Ich werde das in meinem Videotitel einfach mal aufrunden, da ich 2,40er Deuterium Synthesizer im Bau habe. Es läuft also langsam. Ja, die kosten auch ganz stramm Ressourcen. Ich kriege dadurch jetzt mal aufgerundet, also ganz grob gerundet, 2,2 Millionen Punkte pro Mine davon. Wie gesagt, eine ist hier im Bau, eine habe ich gestern schon angefangen. Bin inzwischen, wie man sehen kann, auch schon unter den Top 30. Ja, ha, 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 ha. Das ist auch der Grund, warum ich ein neues Video machen wollte. Ich war vor zwei Wochen ungefähr schon mal unter den Top 30. Ich hatte dann, wie gesagt, weil ich so viel zu tun hatte, bin ich dann nochmal darunter gefallen und habe dann gedacht, äh, ne, nicht so knapp davor. Ich bin jetzt zwar jetzt gerade auch gerade, habe ich es jetzt wieder knapp geschafft, aber, ähm, jetzt festige ich meine Situation und dann bin ich definitiv sicher unter den Top 30. Und zwar, äh, wie viel kriege ich, was habe ich jetzt gesagt, 2,2, 4,4, ähm, ja, sagen wir mal ungefähr 79,5 Millionen Punkte, äh, 100, also 179,5 Millionen Punkte, wenn ich jetzt noch zwischendrin ein bisschen was baue, wäre ich ungefähr so in der Woche. Ne, also da würde ich jetzt ungefähr, würde ich nur um einen Platz leider steigen, bin dann auf Platz 28. Mal gucken, was ich jetzt noch in der nächsten Zeit so für Handel abschließen werde. Ich habe jetzt sehr viele Rohstoffe verbraucht und verkauft und habe da jetzt leider nicht so, ähm, die, 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 die nicht mehr so viel in der Rückhand. Ähm, ja, wenn wir einfach mal schauen. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Also ich strebe jetzt natürlich die Top 25 an, beziehungsweise die Top 20, ähm, das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Also sagen wir mal, da, jetzt auch wenn Sommer, wo jetzt die Sommerzeit kommt und so da, keine Ahnung, ich peile mal Ende August an. Das ist jetzt so mein Ziel, dass ich es bis dahin unter die Top 20 schaffe, wäre schön, aber, ähm, ja, wenn wir, warten wir mal ab. Mal gucken, wie das jetzt alles so läuft, ähm, mal gucken. Vielleicht gehe ich im Sommer jetzt auch nochmal in den Urlaubsmuss, wenn ich jetzt in den Urlaub fliegen sollte oder sowas, dann würde sich das natürlich alles ein bisschen hinauszögern. So, gucken wir mal weiter. Wie sieht es denn bei der Ökonomie aus? Bei der Ökonomie sieht es ganz gut aus, da bin ich jetzt auf Platz 16. Jetzt, wenn die beiden Minen fertig sind, bin ich auf Platz 15. Bin ich schon dann sehr, sehr stolz, auch jetzt gerade bin ich schon sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Also, unter den 15 besten Ökonomen des Orion-Universums, ich bin sehr, sehr zufrieden. Und alles so noch bis, sagen wir mal, bis Top 10 ist noch einigermaßen erstrebsam. Top 5 ist schon, wird langsam ein bisschen utopisch. Also, die, die hier oben sich tummeln, ähm, ja. Genau, Osterhase, das ist ja hier, ach, wie hieß er jetzt, wie hat er sich da vorher nochmal genannt? Hab seinen ursprünglichen Namen jetzt schon wieder vergessen. Äh, der hat jetzt die eine Milliarde Punkte geknackt. Und, äh, ja, davon trennt mich auch nur so ein ganz, ganz klein wenig. Äh, ob ich das jemals erreiche, gut, egal. Muss ja auch nicht sein. Ähm, Forschung, ja, Forschung ist nicht wirklich was passiert. Hab ich überhaupt was in der Zwischenzeit geforscht? Müsste ich mal nachgucken. Also, da bin ich jetzt unter den Top 79 und Flotte, ja, weit, weit unten. Wo bin ich da? 559, gut. War aber bei mir schon immer nicht so interessant. Zur Allianz, ähm, wir hatten jetzt zwischendrin mal ein paar neue Spieler. Ein paar sind auch wieder gegangen. Also, einer ist gegangen, weil, ähm, um ehrlich zu sein, wir haben ihm zu viel gequatscht. Ich finde es eine schöne Sache, wenn man, äh, dann die Rundmails nutzt, um mit seinen Mitspielern zu kommunizieren. Und halt auch man wirklich, dass man merkt, man spielt mit anderen zusammen und nicht so, eher so alleine irgendwie. Naja. Jedenfalls, wie gesagt, er ist leider gegangen. Ähm, dann noch ein anderer Spieler. Der hat seinen Account abgegeben. Da ist dann, hat ein anderer Spieler den übernommen. Dadurch ist das, ist der leider auch weg gewesen. Ähm, ja. Ich glaube, ist da noch einer gegangen? Hm, bin ich mir gar nicht sicher. Aber ist eigentlich auch egal. Ja, war eine schöne kurze Zeit. Da waren wir unter den Top 3. Ähm, hier genau Astro. Genau, Astro hat er sich ja genannt. Astro, Astro. Äh, dieser Top-Spieler ist jetzt hier zu den Old Rebels gegangen. Ähm, dadurch sind die dann auf Platz 1 gelandet. Klar, logisch, bei seinen Punkten. Ähm. Ach, ich bin auch bei Flotte. Hupsi. So, hier wollte ich gerade gucken. Da waren wir nämlich eine Zeit lang jetzt kurz Platz 3 gewesen. Sind jetzt wieder Platz 5. Äh, Old Rebels oder Rebels, ähm, haben ja wie gesagt Astro dazu bekommen. Dadurch sind sie halt sehr weit hochgepusht. Wir sind dadurch leider wie ein bisschen gefallen, weil die Leute gegangen sind. Aber 5, Platz 5 im Orion-Universum finde ich immer, ist noch, ist ein sehr guter und stabiler Platz. Ich muss mal gerade gucken, wo ist unser Tamwing? Ups, Tamwing, da. Die haben diesen momentan eigentlich fast immer voll. Also, ich finde es sehr, sehr schön, was da für ein Ansturm ist, auch an neuen Spielern, die dann da interessiert sind, mit uns da zusammen zu spielen. Oder sich zumindest an unseren Wing anzuschließen, weil der ist ja gerade für die neuen Spieler da. Da sind jetzt, wie gesagt, immer 50 Mitglieder ungefähr. Die sind aber inzwischen auch schon mal Platz 20. Dann gucken wir nochmal kurz in die Ökonomie rein. Da sind wir auf einem soliden 5. Platz. Der vierte Platz ist zumindest in Reichweite. Alles da drüber eher schwieriger zu erreichen, als seitens durch neue Mitglieder. Bei Forschungen sind wir Platz 7. Ja, da müsste man jetzt gucken, wie sich das dann jetzt noch alles ändert. Was kann ich nochmal gucken? Also, ich habe jetzt hier meine Forschungen. Da ist ja, wie ihr seht, ist eigentlich, glaube ich, seit dem letzten Mal sogar Guanyx passiert. Habe ich irgendwas geändert? Das mit Plasma-Technik. Habe ich mitbekommen, dass ich das eine Stufe mal erhöht hatte? Nö. Ich überlege jetzt, ob ich hier vielleicht die Waffentechnik mal eine Stufe hoch treibe. Kostet, also für mich kostet das nicht viel. Sind eigentlich wenig Ressourcen. Auch das könnte ich mir gut leisten. Selbst das könnte ich mir eigentlich ganz gut leisten. Na, ich muss mal gucken. Das bringt mir eigentlich nicht wirklich viel. Da kostet das hier mich schon um einiges mehr. Das kostet manchmal eben knapp 3,6 Milliarden. Und davon wollen wir eigentlich gar nicht reden. Das kostet mich irgendwie von 6,2 Milliarden. Egal. Aber nächstes Ziel wird jetzt wahrscheinlich Astro werden. Ich werde jetzt definitiv erstmal noch zwei Deuterium-Synthesizer auf Stufe 40 bringen. Können wir uns auch schon mal kurz, nicht Galaxie, sondern das hier einmal meinen Schnitt so angucken. Da könnt ihr hier sehen, wie meine Minen jetzt gerade so aufgebaut sind. Was ich so pro Stunde, pro Woche und so produziere. Da bin ich momentan ganz zufrieden. Ohne Booster. So, ich habe jetzt zwar noch einige Booster, die ich nutzen könnte. Muss ich mal gucken, ob ich die jetzt mal vielleicht wieder einsetze. Also momentan mache ich ungefähr pro Woche 130 Millionen Rohstoffe. Also allein durch Rohstoffe und ohne Traden mache ich pro Woche ungefähr 1,3 Millionen Punkte. Jetzt werde ich da mal gucken, ja, ob ich da vielleicht nochmal... Weiß ich noch nicht. Ich bin noch ein bisschen unbeschlossen, was meine weiteren Pläne angeht. Also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite würde ich ganz gerne Minen weitermachen. Auf der anderen Seite würde ich gerne Astro machen. Allerdings die Rohstoffe zusammen zu bekommen für Astro, besonders dann für die nächsten zwei Stufen. Und ja, dauert, dauert. Und ich bin halt da ein bisschen am hin und her überlegen noch. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Die einzige Sache ist bei Astro halt, es würde sehr, sehr lange dauern, dass ich das fertig bekomme. Und ja, das freut mich. Also ich würde es ja irgendwo ganz gerne machen. Aber es ist einfach dieser riesige Aufwand, der dahinter steht. Und ich muss mir halt nochmal Gedanken machen, muss dann noch ein bisschen mal mit meinen Excel-Tabellen hin und her spielen und ein bisschen rechnen, ob sich das alles auch so weit rechnet. Ja, sonst gibt es zu meinem Account nicht viel Neues. Ich glaube, in der Zwischenzeit wurde mir aus Versehen noch einmal die Flotte geschrottet. Ich glaube, ja. Ich meine, ich habe, ja, ich hatte da irgendwann, ich habe mir, normalerweise stelle ich mir mal einen Wecker, damit ich weiß, okay, du musst jetzt safen. Ja, das habe ich dann mal vergessen und meine Flotte wurde geschrotet. Und egal, wie ihr seht, habe ich mich erholt. Und ja, ich glaube, das war es jetzt soweit alles. Mir würde gerade nicht mehr viel einfallen. Ich finde es schön, dass mein Teamspeak-Server von einigen von euch, also von einigen von euch, regelmäßig genutzt wird. Ich habe da jetzt, ich habe da ja immer so eine Übersicht, dass ich sehe, dass immer zumindest ein paar Leute sogar sehr regelmäßig auf dem Server sind und dann gemeinsam mit Freunden zocken. Finde ich schön, dass ihr das nutzt. Dafür habe ich den ja, dass ihr dann Möglichkeit habt, ja, gemeinsam ein bisschen zu zocken. Alles klar. Soweit, ja, soweit bin ich jetzt erstmal durch. Schreibt mal in die Kommentare rein, was euch noch so interessieren würde. Entweder würde ich dann wirklich mal ein Video dazu machen, irgendwas noch zu beantworten. Und ansonsten würde ich es in den Kommentaren beantworten. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, schenkt mir ein Like. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schenkt mir ein Abo. Und wenn ihr mir sonst irgendwas zu sagen habt und in den Kommentaren, da ist wie immer der Platz. Ich wünsche euch was. Euer Junitas.